Wer am See wohnt, kennt die Gelsenplage im Sommer. Aber wir zeigen Ihnen jetzt eine Solarmückenfalle, die einiges verspricht. Mosquito Free funktioniert geruch- und geräuschlos. Es enthält keine Pestizide oder andere chemische Substanzen. Das kleine Gerät wird per USB aufgeladen und kann bis zu 15 Stunden benutzt werden. Es wird im Sitzen oder beim Gehen einfach um den Hals gehängt und hält so lästige Gelsen fern. Kann sowohl innen als auch im Freien getragen werden.